17, Action! Verehrte Kundschaft, leider müssen wir eine unerfreuliche Meldung melden. Aufgrund mangelnder Arbeitsmoral haben wir kurzfristig unser langjähriges Mitglied Fraus Like Dog entlassen. Wir freuen uns aber, Ihnen unser neuestes Firmenmitglied präsentieren zu können. Hier ist unser neuestes Firmenmitglied. Ein vollwertiger Vertreter unserer langjährig bewährten Arbeitskraft-Frau Slikdog. Ähnlich qualifiziert, ähnlich aussagekräftig, ähnlich attraktiv. Herzlich Willkommen an Bord von gusel.org Gusel